Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Dumjan. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Es ist was ganz Schlimmes passiert. Ich habe meine Frau geamselt. Um Gottes Willen. Was haben Sie getan? Oder erfingt. Sie meinen erdrosselt. Ja, danke. Erdrosselt. Das ist richtig. Erdrosselt habe ich meine Frau. Stimmt. Ja, danke. Ich helfe.